hey ho an alle zuschauer ich möchte euch recht herzlich auf meinen kanal begrüßen ihr seht dieses video vermutlich weil ihr nach infos zu cyberpunk 2077 gesucht habt ich muss euch gleich sagen ich werde euch allerdings nichts neues erzählen können ich weiß vermutlich auch nur dinge die euch bereits von anderen youtuber bekannt sind bevor ich ein paar dinge zu dem spiel sage möchte ich also zum grund dieses videos kommen das video soll dazu dienen mich und meinen kanal kurz vorzustellen ich möchte auf diesen kanal gerne let's plays zeigen und cyberpunk 2077 soll dabei mein erstes projekt sein ich möchte aber auch gern andere dinge wie talks bzw diskussionsrunden machen dabei können wir über themen sprechen die euch interessieren oder ihr wollt einfach meine meinung zu einem bestimmten thema wissen dann schreibt mir das und ich gucke dann dass ich vielleicht ein video dazu mache wo ich mich dazu äußere auch reakt auf andere videos kann ich mir gut vorstellen und ist vielleicht etwas für die zukunft was ihr wissen solltet ich habe keine erfahrung mit solchen dingen ich bin kein computer experte und auch dieses video das hat gedauert bis ich das soweit fertig hatte ich musste mich da doch sehr intensiv mit einigen dingen beschäftigen und ja ich hoffe insoweit gefällt es euch erst mal ich möchte also mit diesem kanal etwas lernen und mich weiterentwickeln insofern wäre es super wenn es zuschauer gibt die diesen weg gemeinsam mit mir gehen möchten zusammen eine gute zeit haben und dabei etwas zu lernen reizt mich einfach daher freue ich mich auch besonders über tipps und anregungen kritik ist also erwünscht solange ihr euch an die üblichen verhaltens regeln haltet kennt ihr ja auch von anderen kanälen ist hier nicht anders kommen wir zu dem was ihr hier im hintergrund die ganze zeit seht cyberpunk 2077 dieses spiel soll wie bereits erwähnt mein erstes let's play werden warum cyberpunk wie vermutlich viele von euch habe ich die witcher spiele gespielt und da sei natürlich besonders die witcher 3 zu nennen ich erinnere mich gerne an das spiel zurück denn es hat mir wirklich spaß gemacht und ich hatte wirklich eine gute zeit damit das spiel hat aus meiner sicht eine tolle welt und ist mit seinem story telling und den erlebbaren geschichten eins der besten spiele überhaupt besonders im rollenspiel sektor ist es für mich das maß aller dinge auch features die im spiel enthalten waren wie crafting oder loot haben aus meiner sicht gut in einander gegriffen also es hat einfach zu dieser welt gepasst und hat ein gutes gesamtbild ergeben ich gebe zu ich bin dadurch ein kleiner fanboy von city project red geworden und als ich von der entwicklung von cyberpunk 2077 erfahren habe konnte ich es kaum erwarten in diese neue welt einzutauchen cyberpunk wird vermutlich die witcher in nix nachstehen wer allerdings hofft einen shooter zu erleben der andere ablöst der könnte enttäuscht werden der fokus liegt aus meiner sicht auf einer tollen welt mit beeindruckenden geschichten und das ist für mich genau das richtige auch wenn zuletzt nicht nur positives zu hören war denke ich dass city project red ein vorbild für andere studios sein kann gerade entscheidungen die sie treffen sind aus meiner sicht immer gut überlegt auch wenn man hier und da natürlich anderer meinung sein kann aber ich glaube sie tun sich sehr intensiv mit ihren entscheidungen beschäftigen natürlich ist das interesse an dem spiel groß und daher würde ich mich freuen wenn einige zuschauer das game mit mir erleben wollen bevor ich dann zum release mit meinem let's play starten möchte sollt ihr noch die gelegenheit haben fragen an mich zu richten die können sich natürlich um das spiel drehen aber auch fragen zu meiner person sein wenn es fragen gibt werde ich die noch versuchen vor release zu beantworten in einem weiteren video ich freue mich einfach auf eine gute zeit und hoffe den weg mit euch gehen zu können insofern wäre es auch super wenn ihr mich unterstützt wie das geht brauche ich euch auch nicht zu erklären denke ich ist auch weitestgehend bekannt und ja insofern bleibt mir nur zu sagen lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis bald nicht zu sehen